Ja, Samstag kommt ein Held daher, ins Nest bei der toten Schlucht, trifft dort einen schlimmen Finger und schlägt ihn in die Flucht. Ein gelbner Sieger-Sheriff mit einem Stern an seiner Brust. Die neuste Spongebob-Folge, die Pest von Wild West. Die Pest von Wild West. Die Pest von Wild West. Der Name dieser Folge ist die Pest von Wild West. Die Pest von Wild West, nichts brandneues Spongebob-Folge. Samstag ab 19.45 Uhr bei D. Die Pest von Wild West.